Alter, ich dachte, du hast einen anderen Verein oder so andere Nummer. Erster Spieler. Ich hatte beim BVB bereits zwei verschiedene Rückennummern. Ich habe noch kein Tor für den BVB erzielt. Aber ich habe mit dem BVB bereits den DFB-Pokal gewonnen. Scheiß, nein. Wie hat er gedrückt? Ich habe gedrückt. Hast du mal eine andere Nummer? Ich? Nein. Doch, ich habe schon mal eine andere Nummer gehabt. Marvin Hitz, keine Ahnung. Ich hatte schon eine andere Nummer. Marvin Hitz ist falsch. Gibt es noch mehr Hinweise? Ich habe noch nicht gedrückt. Bitte? Nein, es waren schon drei. Das waren drei Hinweise. Also, dann sage ich mich. Das ist richtig. Alter, ich dachte, du hast einen anderen Verein oder so eine andere Nummer. Alter, ich wollte sogar dem nochmal sagen. Deswegen habe ich noch mal gesagt, ich hatte schon mal eine andere Nummer. Er hat dir sogar noch geholfen. Boah. 1 zu 0 für Roman. Zweiter Spieler. Ich bin in der Hauptstadt meines Landes geboren. Meine Basis-FIFA-Ultimate-Team-Karte bei FIFA 21 hat den höchsten Gesamtwert. Und ich habe das erste BVB-Pflichtspiel-Tor der Saison 2021. Erling Haaland? Ich bin in der Hauptstadt meines Landes geboren. Sicher? Dioré. Der hat ja auch das erste Tor gemacht, oder? Gegen ... Leider auch falsch. Dioréna hat das erste Bundesliga-Tor der Saison geschossen. Das erste Pflichtspiel-Tor hat den London geborenen Jadon Sancho. Ja. Ich wollte Jadon sagen, aber da dachte ich mir ... Ich auch! Ich bin vom Bundesliga-Ding. Boah, das ist mir schlecht. Kein Punkt hier. Nächster Spieler. Kein Scherz. Ich habe am 1. April Geburtstag. Ich bin deutscher Nationalspieler. Und ich bin links Fuß. Ah! Nico Schulz. Ich wusste das. Nico Schulz ist richtig. Nico! Nächster Spieler. Shinji Kagawa und Julian Schieber hatten die gleiche Rücknummer beim BVB. Ich habe die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen. Emre Can. Und ich habe bereits in der Bundesliga-Serie A und Premier League gespielt. Emre Can ist richtig. Ja, Junge! 2-1. Nächster Spieler. Ich habe das letzte Bundesliga-Tor im Jahre 2020 für den BVB erzielt. Ich gebe mal das Spiel. Wir haben ja, glaube ich, dann 4-0 verloren. Das letzte Spiel, oder? 2020. Ja. Keine Ahnung, vielleicht meinen die auch nur das Jahr. Keine Ahnung. Also da würde ich sagen, das letzte Tor hat der Ehrling Haaland gegen Leipzig geschossen. Danach haben wir ja verloren. 4-0 gegen Hoffenheim. Sicher? Ja, ich bleib da. Das ist falsch. Kann ich bitte die Information... Der Hinweis war, ich habe das letzte Bundesliga-Tor im Jahre 2020 für den BVB erzielt. Die weiteren Hinweise bekommst du auch noch. Ich weiß. Ich habe die gleiche Rückennummer wie zuvor schon Sebastian Rohde und Nuri Shahin. Und ich bin der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Jusufa Moukoukou. Das ist der dritte Punkt für Emre. Da war ich bei letzter Saison. Nächster Spieler. Ich war bei letzter Saison. Gefeiert. Thomas, der Lena. Ey, ich wollte auch das sagen. Ich habe es aber nicht gedrückt. Das stimmt. Ich weiß. Punkt vier für Emre. Und damit jetzt schon Matchball. Du wolltest schon drücken, ne? Ich wollte es aber dann... Ich habe 2021 das erste Tor für den BVB erzielt. Ja, das erste für sich oder das erste für den BVB? Ich habe im Kalenderjahr 2021 das erste Tor für Borussia Dortmund. Okay. Das erste Tor, was in diesem Jahr gefallen ist, habe ich erzielt. Ich habe bereits das Double gewonnen. Manuel Akanji als erstes Tor für Wolfsburg. 2. und 21. Double in der Schweiz mit Basel. Und ich habe eine abgeschlossene kaufnische Ausbildung. Emre Can gewinnt. Die Tradition geht weiter. Ich verliere immer in diesen Spielen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. In der Schweiz kommt wieder in diesen Spielen. Ich habe es gerott. Oh Mann.